hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von nether wir sind wieder mal irgendwie im outpost gelandet ja das sieht eigentlich auch gar nicht mal so übel hier aus aber ich bin mir nicht so sicher ob das eine gute idee ist hier aber wir schauen erst mal was wir hier noch finden muni wäre nicht schlecht aber ich kann da nicht dran wieso kann ich das nicht nehmen warum kann ich das nicht nehmen hallo ja da spackt das spiel ein bisschen rum gut dann schauen wir erst mal dass wir hier auf irgendeiner seite rauskommen gehen laufen die kollegen um ich weiß wo wir sind ja das ist eigentlich hier die beschissenste so weg hier alter weg hier wo hilfe alter was denn los mit euch hier was stimmt mit euch nicht weg hier alter ich habe keine muni mehr ich glaube wir haben ein ernst zu nehmen das problem kollegen nichts wie weg hier wo alter das war das war mein einstieg würde ich sagen meine herren gesangsverein 52.000 tote aber die waffe ist echt geil ich will keine waffe kraften ich würde jetzt gern was einkaufen so gucken wir mal inventory und wir haben so viel wahnsinn ach du scheiße wir haben ein ernst zu übernehmen das problem würde ich mal sagen weil wir haben keine muni das geht doch gar nicht was machen wir denn jetzt wir müssen auf jeden fall muni haben ok da müssen wir ein bisschen was verzickern nein 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 das wollte ich nicht so machen wir das ja wir machen das kommt egal weg damit wir müssen ja irgendwie was kaufen dann haben wir jetzt ins 24 schuss du scheiße können wir kein krieg mit gewinnen 24 schuss hätten wir noch 74 über tschuldigung tja was machen wir können gucken dass wir noch ein bisschen was zum mümmeln hier weg tun dann müssen wir halt wieder neues suchen weil wir brauchen ja ein bisschen muni sonst werden wir das hier glaube ich nicht so ganz überleben ok junge junge beschissene ausgangssituation würde ich mal behaupten so dass wir mal schauen wie weit wir hier kommen also der einstieg war ja schon mal alter falter würde ich mal sagen haben wir schon mal richtig kasala gekriegt so das gehen wir mal ganz sachte hier rum bei eins und was soll das denn da oben schon wieder haben die kein zu hause oder was dann gucken wir mal wir brauchen ein bisschen was an klamotten egal nehmen wir mit irgendwas an loot brauchen wir sonst haben wir bald ein ernstzunehmendes problem weil mit der muni werden wir auch keinen großen krieg führen können aber nun gut jetzt schauen wir erstmal dass wir hier noch ein bisschen was finden da hinten bei dem zelt wäre normalerweise noch was da ist schon wieder ein schreier ich habe ihn schon gesehen und man hört ihn wieder entschuldigung den müssen wir definitiv ausschalten oder dran vorbeikriechen wie auch immer ich bevorzuge jetzt einfach mal die flucht das kommt jetzt nicht so gut weil wir haben wirklich nicht außen drei außen reichen die außen reichen ausreichend muni um da einen großen kampf noch mal zu machen das haben wir gerade schon gesehen wir könnten jetzt mal in den untergrund gehen und mal schauen ob wir hier was finden ob das so eine gute idee ist wir werden es gleich wissen hier liegt schon mal nichts rum vielleicht hier hier ist was die geräuschkulisse ist nach wie vor der hammer wofür haben wir das nicht ah da cash fünf dollar wahnsinn damit können wir garantierten krieg gewinnen also das ist das einzige was mich hier seit neuestem extrem stört dass man wirklich so wenig findet gerade in dem modus hier es ist schon bescheiden und das ist jetzt echt noch milder ausgedrückt ok hier haben wir doch ein bisschen was das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus ich frage mich immer wo die zugroche herkommen weil hier fehlt doch gar kein zug so jetzt schauen wir mal was gibt es denn hier feines zack das ist sachen die man eigentlich nicht braucht ne jetzt aber muni kaputt geht das heißt eine handgranate ne smoke eine rauchgranate ja nun gut egal hauptsache ein bisschen was hier können wir ja zur kohle machen da müssen wir halt sehen dass wir so wenig wie möglich kämpfen hat sich gesagt gerade kämpfen da habe ich doch was gehört so irgendwo ist hier jemand wieder das ist doch mal nach meinem geschmack das ist doch mal nach meinem geschmack so schauen wir jetzt mal ganz in ruhe hier nach ich traue dem braten nicht wirklich ich vermute mal dass hier irgendwo noch etwas ist und gleich gibt es einen auf dem sack ok weiter geht es da hinten scheint auch noch was zu sein kann man zumindest schon mal so ein bisschen was einsammeln ok was haben wir hier nach vorne scheint irgendwie müll zu sein und hier können wir durch den zug gehen aha was haben wir denn da feines muni zu geraten ja das ist das was die welt braucht definitiv egal wir gehen weiter und gucken mal was hier vorne noch so liegt da ist auf jeden Fall noch was ok da kann man natürlich nicht durch dann gehen wir mal ganz gechillt die andere Seite rum gleich haben wir wieder volle Energie so schauen wir mal was wir hier vorne kriegen also das ist wie gesagt so ein Aspekt den ich hier in dem Spiel nicht so toll finde man hätte das ein bisschen man muss ja nicht übertrieben aber so ein bisschen mehr an muni oder loot ok dass man dann zumindest mal so ein bisschen kämpfen kann aber das ist dann halt hier nicht so wirklich gewollt macht die Sache nicht wirklich einfacher aber egal so schauen wir mal so was haben wir hier da vorne noch ein Tunnel ok da geht es irgendwie um die Kurve dann schauen wir erstmal oh guck mal da da haben wir da noch was to unlock ja supi gut dass wir unsere Schlüssel dabei haben so das war's so wir haben irgendwie unseren Inventar voll ganz toll ganz großes Kido jetzt gucken wir erstmal was wir hier wo wir haben eine rote Mütze boah wie geil ist das denn guck mal können wir die mitnehmen nein aber das die Pistole würde ich gerne noch mitnehmen was soll denn der Scheiß jetzt hier die tun wir jetzt erstmal droppen und dann gucken wir mal ne 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 Backpack mhm was haben wir denn Limit 221 ja ok dann tun wir die noch droppen gucken wir jetzt mal 97,6 das wird ziemlich natzen oder was was sollen wir denn hier wegtun was so schwer ist hm 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 Red Warrior super ganz großes Kino so gucken wir mal wir schmeißen jetzt erstmal eigentlich weg so jetzt gucken wir mal immer noch nicht was wo sind denn die Sachen ich schmeiß die Sachen weg und dann sind sie weg oder wie ok ey was ist denn das hier für ein Kackspiel ok ok das gibt keinen mehr jetzt haben wir die Sachen weggeschmissen und dann sind sie weg ich glaub es nicht ja egal jetzt können wir es nicht mehr ändern egal dumm gelaufen würde ich mal sagen so auf zum auf zum nächsten Tunnel so schauen wir mal was wir hier kriegen dürfte ja auch nicht wieder so viel sein können wir hinter verkaufen egal das nehmen wir jetzt einfach mit verbimmeln wir nachher jetzt glaube ich müssen wir sowieso auf die andere Seite ja dann hier durch den Waggon dingle dangle dong und dann sind wir auf dem nächsten Bahnhof ok was haben wir denn hier noch hier gibt es auf jeden Fall auch noch ein bisschen was nochmal Zigaretten und irgendwie eine Kiste mit ok so dann haben wir unsere Sachen zumindest schon mal wieder ok schau mal gibt es hier noch was anderes ne das sieht nicht danach aus als hätten wir was anderes ja gut 6 ist noch frei da brauchen wir nichts einmal hoch und dann schauen wir mal wo wir hier raus kommen wo wir haben schon wieder was gefunden ach du heilige scheiße so wir haben auf jeden Fall ganz viel Muni cool schau mal gibt es hier sonst noch was ja da ist noch was das sind wahrscheinlich wieder Bandagen die wir sowieso nicht gebrauchen können naja die brauchen wir nicht so wo sind wir wir sind am äußersten Ende egal wir gucken mal was hier oben so los ist hell ist es Junge 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 oh fuck ja der Turm wäre noch sehr einladend vielleicht gibt es da noch was zu finden für uns schauen wir doch mal gehen wir einmal hoch dann haben wir auch eine bessere Aussicht und dann geht's la haus joho ja da haben wir doch noch einen Rucksack da sollte definitiv ein bisschen was für uns drin sein nicht schlecht nicht schlecht okay die Stadt sieht nicht wirklich gut aus würde ich jetzt mal so behaupten ich weiß nicht genau es ist nicht klar wie wir das sind wir sind wir haben nicht nur noch Vielen Dank.